Beste Flauscherin, Theresa Lieb. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, wir sind auf dem Weg zur Golden Blogger Gala. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich freue mich sehr, mal einfach eine ganze Menge Leute kennenzulernen. Vor allem auch mal außerhalb der Kirche. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und auf die Leute. Und ich werde euch ein bisschen mitnehmen. Ich freue mich sehr auf die Leute. Und mit ganz viel Flausch kommt der Umschlag gleich, wenn man das ausgelesen ist, hier zurück. Und, Helena, herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt es gesehen? Beste Flauscherin, Theresa Lieb. Herzlichen Glückwunsch! Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Wir haben vorhin, wenn ich ein bisschen erzählt, uns einfach gefreut über diese Nominierung. Und einfach, weil, das hat es auch vorhin so schön gesagt, dafür, dass diese Arbeit auch wertgeschätzt wird. Da steckt da viel Zeit hinter alle, bis sie sich heute dominiert sind. Vielen Dank deshalb auch für diesen Abend, dass wir uns einfach alle mal auch ein bisschen Ferien hätten. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich bin beste Flauscherin 2019. Ich habe den Goldenen Blogger Award gewonnen. Dank euch. Und wir haben jetzt noch gefeiert. Und ich freue mich total. Ich bin total müde jetzt. Und gleichzeitig bin ich völlig überwältigt. Ich kann es noch gar nicht glauben. Und tausend Dank euch. Und danke. Und da auch.